zu k mit Kasten Kapitel guten Tag Holland in Deutschland Frauen Pauli ist Deutschland nicht Hollander Guggen was daraus wird Sprecherin Holländer kann ich nicht kann ich nicht kannst du das lernen doch das mal ja morgen wir wollen abseits ich muss nicht heulen bis zu einer noch was ist nicht knapp weiß ich doch nicht also kein guter pass weg ist der Ball ja könnte was werden da hat sie Zeit für eine Eingabe nein hopp das 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 wird fast um hier rannt schön abgelaufen angesandten ab ab und jetzt geht es über die Flügel sieht gefährlich aus jetzt könnt sie den Ball reinbringen jetzt ist es schon morgens amal jetzt mit da zittert hier nichts wir sagen auch schlöchlein und auf und zu so ein ganz nervöses arschzitterner weil wenn du mich schön nicht fast immer anscheinend wenn ich in die nähe des tors kommen wenn ich was ist das für ein gefühl dieses arschzittern ich sag dann immer zu mir bloß nicht abkneifen ich sag dazu immer mutig ist mut ist wer durch war und trotzdem schluss wir wollen und morgen um die europäische kürzeln das nicht bloß muss auch so wieder langsam wird es kommt langsam wieder der druck muss nicht auch und ich hab mal eine frage an mich Oh Gott, kannst du mir die Definition von Ausdauer erklären? Oder sagen? Hey! Das hat sich ablenkt. Ich wiederhole die Frage, die ich dir gestellt habe. Ja, die Definition von Ausdauer. Ja. Jetzt kann ich schon mal sagen, ich habe keine Ausdauer, aber Ausdauer heißt, glaube ich, längere Zeit unter körperlichen Anstrengungen stehen. Ganz falscher Ansatz. Ach. Ausdauer ist. Wenn du, ich stehe vor, du gibst in der Kuh einen Stück Zucker, ne? Ja. Und leckst ihr so lange am Arsch, bis sie süß schmeckt. Das ist Ausdauer. Ja. Was ist das? Auf welchen Internetseiten-Ray hängst du ab, Alter? Ja. Wie wir mit dem. Super dazwischen gegangen. Ja. Janice van de Sande. Da war. Na, nach vorne. Scheiße. Abseits. Ey, mach mich mit Schwachdruck. Torgärchen, Alter. Da war. Ist mit die Laufung. Was war das? Was war das? Wack. Der Brets. Der Brets. Der Brets. Der Brets. Der Brets. Das war uns mal in die Mitte. Guck dir den Ehrenpas anheben. Guck dir den Ehrenpas anheben. Guck dir den Ehrenpas anheben. Hop, sag, breakdance. Guck dir, vielleicht ist da Ehrenpas noch dabei. Aber vielleicht. Ne, leider nicht. Ja, der kann weggedrückt. Okay. Ich hab gar nichts gedrückt. Oh, diese Geschichte höre ich jedes Mal. Diese Geschichte von ich drücke nicht weg, höre ich jedes Mal. nach der Zeit wird hier geben. Gute Aktion. Flage kommt kurz. Den Wahl hat sich. Und jedes Mal drückt da weg. Nicht den Arsch in die Hose zu sagen, ja, 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 Manu. Ich drücke 6. Da hab ich Bock auf deine scheiß Tore hau. Ich fühle mich hier langsam ein bisschen unterdrückt. Wer fühlt mir 3.1? 4.1 doch nicht. Ach, doch 4.1. Ich komm mal schon längst abgefiffen, Alter. Was ist das? So 5, 1,5 Minuten. 2,5 Minuten. Abseits. Abseits. So knapp auch. Oh, wir sind mehr. Jetzt pfeif ab, die Scheiße. Wie ist es erst der Halbzeit? Trotzdem alter 2 Minuten länger. Was sollen das? Das ist schon gelangt. Das ist schon gelangt. Ja, ne, ich spiele die Profi. Ich spiele jetzt Olympiade, okay? Ja. Ich mach' einen 100 Meter Sprint. Ja. X und Kreis. Kreis. Immer abwechselnd dritten. Ja. Das will ich mir gar nicht sagen. Jannik hat das immer mit den Zähnen gemacht. Also, mit den Zähnen. Ja. Ich dachte, du sagst, ich hab' immer geleckt. Reingebissen. Immer so, kam die Zähne so unterschiedlich immer raus rein. Nein. 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 Herr van de don. Oh. Ich muss erst mal wegreden. Jawohl, ich mach' nicht. Boah. Boah. Da sind sie immer sehr gefährlich. Achtung jetzt. Na. Ich hab' überhaupt nichts machen. Ich spring' lieber hin. Ich hab' überhaupt nichts machen. Ich hab' überhaupt nichts machen. Ich hab' den. Ich hab' aber auch mal gewonnen. Ich hab' die Zähne. Ich hab' die Zähne. Sie kommen über den Flügel. Alexander, Pop jetzt. Gute Aktion. Er ist gefährlich. Gut durchgesetzt. Gefährlich. Und hier hol sie sich' den Ball. Nein. Ja, ja. Hol' eine große Bühne. holland Granaten aus es muss ich schon gut Verteidigerin wechseln die Plätze nicht so platt wie Santos waren Prozent Prozent auch gefährlich weiter Klerk Prozent Pssst, eh, eh, gibt es für Fande irgendwas? Ihr willst den Elfmeter? Ziemlich unkontrollierter Einsatz hier. Alter, jetzt schieß doch mal. Danke. Oh, ey. Wobei sie da noch auf ihren scheiß Arsch sitzt. Sieht gefährlich aus. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Bad. Ja, das ist recht weg ist der Bad. Oh, Alter. Ich muss auch Geld. Ich muss das machen, das muss ich machen. Ich muss dich machen, schiebst du es. Ja, Mann. Wir fordern uns auch Geld, du Granate. Ja, und nochmal. Ja, kein Elfmeter, noch Pisschen. Oh, oh, ja. Oh, oh, ja. Oh, Alter. Jetzt schießt sie nach links. Nach links. Schießt nach links. Schießt nach links. Ja, schade. Doch. Ich Podcast. Schade. Hätte ich ein bisschen weiter nach links gehen muss. Wir sind jetzt nämlich. Mocomber. Ich drücke die ganze Zeit was anderes halt, aber mach die, dann mach nur Scheiß, Alter. Bis sie sich da mal die Schulter bricht oder sonst was halt und dann kann sie sich spielen. Alter. Geh doch mal aus dem Tor. Warum glaubst du nachts, ey? Wir machen ihn den Weg frei. Alter, was war das denn? Stolpert sie noch über ihre eigene Mitspielerin, ey. Und dann wäre noch ein Tor gewesen. Dann hätte ich... Oh, Alter, das wäre wieder fast gewesen. Und dann sind Eierding. Meine ganze Menge gefehlt. Fußball-Experten, Alter. Es müssen hier keine Experten sein, es sind ja Kommentatoren. Die Experten stehen am Spielfeldrand. Komm doch raus, Alter. Falscher Knopf wieder gedrückt. Schafft sie nicht. Ey, das war aus. Ja, hat sie doch... Bleib doch mal ruhig, Alter. Bleib doch mal ruhig, Alter. Kommt trotzdem an, die Sau. Meier kommt rein, großes M und kleine Eier. Das sind verstanden. Nee. Meier kommt rein, großes M und kleine Eier. Buchstabiert. Ja. Drei Minuten nach Spielzeit, das heißt, wir spielen so wieder fünf. Schöne zuspielieren. Gute Aktion. Oh, nein. Ja, ja. Besser als gar nichts. Sauber gehalten. Leider in der Mitte tropfen lassen. Sauber-Fehler. Ach, jetzt feiern sie eine Minute länger wieder. Das war das 7-1 für Haui. Wir verabscheuen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Schiss. Schiss.